Lektion 13 Die wichtigsten Lokativ-Suffixe 13.1 Das Suffix, Navatl-Teil Wir haben bereits gesprochen, über die morphologischen und syntaktischen Merkmale, von Lokativen. Siehe Lektion 5 Nun werden wir untersuchen, wie Lokative gebildet werden, auf der Grundlage von Numen-Wortstämmen. Hier werden wir uns befassen mit den häufigsten Formen. Richtig gesagt, gibt es nur ein einziges Lokativ-Suffix. Die anderen sind Lokativ-Numen, Suffixe. Dieses Suffix ist, Navatl-Teil, nach einem Vokal, oder, Navatl-Teil, nach einem Konsonant, das direkt an einen Numen-Wortstamm angehängt wird. Navatl-Teil Auf dem Berg Navatl-Teil Im Gefäß Navatl-Teil Am Himmel Im Himmel Navatl-Teil Im Haus Einsilbige tun, Navatl-Teil, annehmen, und nicht, Navatl-Teil. Fußnote 1 Fußnote 1 Dies ist ein weiteres, anderes, Beispiel für den, Zwang gegen kurze Wörter. Navatl-Teil, und nicht. Verboten ist Kleck, im Feuer, im Feuer, das Suffix, Navatl-Teil, kann nicht hinzugefügt werden, zu einem animierten, lebendigen, regen, Numen-Wortstamm. Verboten ist Verboten ist Si-Va-G Verboten ist O-Ki-C-Co Und Verboten ist Ku-Va-G Sind keine zulässigen Formen. Dies ist das Suffix, das vorkommt in einer Reihe von Toponymen, Ortnamen, wie zum Beispiel Navatl-Teil Auf dem Feld, Navatl-Teil, der Blumen, Navatl-Teil Navatl-Teil Chapulte-Berg Auf dem Heuschrecken, Navatl-Teil, Berg, Navatl-Teil Navatl-Teil Acapulco In dem großen, Navatl-Teil, siehe 12.1.3, Schilfdickicht, Navatl-Teil Navatl-Teil Taxco Auf dem Ballspielplatz, Navatl-Teil Navatl-Teil Obwohl die genaue Bedeutung von, Navatl-Teil, weiterhin Gegenstand von Kontroversen ist. Wie alle Lokative, tun auch die Formen, die Enden auf, Navatl-Teil, nicht hindeuten, auf eine spezielle Bewegungsrichtung, oder auf die Abwesenheit von Bewegung, sondern solche Andeutungen werden gemacht von dem Verb, siehe 5.6, Navatl-Teil Die Sterne sind am Himmel, Navatl-Teil Er bleibt im Bett, Navatl-Teil Tue Bohnen in das Glas geben, Navatl-Teil Er warf sich selber in das Feuer, Navatl-Teil Fußnote 2 Er kommt aus dem Haus raus, Fußnote 2 Dies wird gesprochen von jemandem außerhalb Jemand drinnen würde sagen, Navatl-Teil, er geht aus dem Haus raus, siehe 6.1 Außerdem kann an dieses Suffix, siehe 5.8, Navatl-Teil, angehängt werden Die zusammengesetzte Form bleibt am häufigsten, Navatl-Teil, sogar nach einem Vokal, obwohl, Navatl-Teil, und sogar, Navatl-Teil, bestätigt sind Navatl-Teil Mein Lied erhebt sich zum Himmel Dieses zusammengesetzte Suffix, Navatl-Teil, kann auch bedeuten, in der Art und Weise von In diesem Fall ist es zu finden bei animierten, lebendigen, regen, Wortstämmen Navatl-Teil Sprichst du Navatl? Das heißt, in der Art und Weise der Mexika Oder, in der Art und Weise der Navatl-Teil, gewöhnlichen 13.2 Platzierung von Lokativen Lokative die enden auf Navatl-Teil, erscheinen oft am Anfang eines Satz-Teil Variationen in der Wortfolge, erzeugen Effekte, die meist nicht übersetzbar sind, die aber für einen Navatl-Sprecher wahrnehmbar wären Navatl-Teil Die Sterne sind am Himmel Navatl-Teil Was die Sterne betrifft, sie sind am Himmel Solche Lokative können kombiniert werden, mit Navatl-Teil, siehe 5.7 Navatl-Teil Die Sterne sind, da oben, am Himmel 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 Und ein Lokativ kann fokussiert, fokalisiert, werden Navatl-Teil Am Himmel ist, wo die Sterne sind Navatl-Teil Es ist der Berg, auf den er geht Die anderen Lokative, die wir später untersuchen werden, haben dieselben syntaktischen Eigenschaften 13.3 Possessiv-Lokative Wenn das Nomen besessen, Besitzer anzeigend, ist, ersetzt das Lokativ-Suffix die morphologischen Abänderungen, für die Possessiv-Form Es gibt also kein Possessiv-Suffix, Navatl-Teil, oder das Weglassen des Letzten, Endung, Vokal des Wortstammes, siehe 10.7 Navatl-Teil Mein Hund ist in deinem Haus Navatl-Teil Du sollst nichts entnehmen von, innerhalb, der Truhe, dem Gefäß, oder dem Teller eines anderen Navatl-Teil Ich schmecke die Chilischote Wörtlich, ich spüre die Chilischote in meinem Mund Navatl-Teil Das Kind ist im Schuss seiner Mutter Dennoch sagt man Navatl-Teil Und nicht Verboten ist Imahik Er hat einen Stock in seiner Hand Wörtlich, in seiner Hand ist ein Stock Und mit dem Zusatz von Navatl-Teil Navatl-Teil Das Kind tritt aus dem Schuss seiner Mutter hervor Navatl-Teil Ich bin vor den Otomie geflohen Wörtlich, ich entkam aus ihren Händen 13.4 Lokativ-Nummen Navatl-Teil Die anderen Lokativ-Satzteile werden gebildet, mit Lokativ-Nummen-Suffixen, die weitgehend, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn nicht sogar in Gebrauch, den englischen Präpositionen entsprechen. Diese haben nicht die morphologischen Eigenschaften von, Navatl-Teil. Stattdessen waren sie ursprünglich regelmäßige Numen, die adverbiale Verwendungen entwickelt haben. Fußnote 3 Die meisten Lokativ-Nummen existieren nicht mehr als eigenständige Wörter, obwohl einige dies tun. Was das Objekt der englischen Präposition wäre, erscheint als der Besitzer, des Navatl-Lokativ-Nummen, das die Possessiv-Präfixe annimmt, sowie ein regelmäßiges Numen. Ein Lokativ-Nummen hat häufig die gleiche syntaktische Beziehung zum Besitzer, wie es ein regelmäßiges Numen zu seinem Besitzer hat, aber manchmal wird das Lokativ-Nummen als ein Suffix an das Numen angehängt. Fußnote 3 Beachte, wie viele englische Präposition-Sätze ihren Ursprung in Numen haben, wie zum Beispiel In back of Hinter On top of Über Alongside of Neben Auf Englisch übertragen, würden die Navatl-Ausdrücke sowas bedeuten wie Ich gehe nach oben auf den Berg Anstatt Ich gehe auf den Berg Oder Ich stehe an der Seite neben dem Mann Anstatt Ich stehe neben dem Mann Für eine konkrete Veranschaulichung der Lokativ-Nummen, lass uns zunächst auf den häufigsten solcher Suffixe eingehen. Navatl-Teil 1 Aus der Sicht der Bedeutung, bezeichnet das Possessiv-Nummen, Navatl-Teil, Kontakt ohne Eintritt. Eine Lokalisation die so konzipiert ist, dass sie an ein Objekt angrenzt, und nicht in ihm liegt. Ursprünglich muss es ein Numen gewesen sein, das sowas bezeichnete wie Die Außenfläche, die Äußere Oberfläche. In diesem Sinne ist es gleichbedeutend zum Englischen By Durch Und wird meist ins Englische übersetzt mit On Auf Oder In In Es bedeutet nicht, innen drin, innerhalb. Es kann direkt zu einem Numen-Wortstamm hinzugefügt werden, wodurch ein zusammengesetztes Numen gebildet wird. Für die Diskussion regelmäßiger zusammengesetzter Numen, siehe Lektion 17 Navatl-Teil Fußnote 4 Feld Navatl-Teil Auf dem Feld Fußnote 4 Navatl-Teil wird ins Spanische ausgeliehen, im Sinne von Kultiviertes Feld, Acker Vergleiche Navatl-Teil In dem Haus Innerhalb des Hauses Mit Navatl-Teil Beim Haus Am Haus Und nicht unbedingt darin Navatl-Teil Es gibt Bäume auf dem Berg Navatl-Teil Die Spanier sind übers Wörtlich Auf Wasser angekommen Navatl-Teil Das Wasser wird verteilt über Wörtlich Auf Der Erde Manchmal ist es gleich bedeutend mit der französischen Präposition B'SCHE Englisch hat dafür keine direkte Entsprechung, aber die allgemeine Bedeutung ist, am Ort von, dem Objekt der Präposition, wobei die Natur dieses Ortes durch den Kontext bestimmt wird. Diese Bedeutung wird auf Englisch wiedergegeben, mit verschiedenen muttersprachlichen, Redewendung, Präpositionen, wie Vor, zum Beispiel, vor dem Richter erscheinen, in Gegenwart von, unter, zwischen, oder recht häufig, mit, im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und dergleichen. Also Navatl-Teil Er geht in die Kirche Wörtlich Er geht vor Gott Navatl-Teil Fußnote 5 Er ist im Palast Wörtlich Er ist mit dem Herrscher Navatl-Teil Er starb im Krieg Wörtlich Er war bei dem Feind Fußnote 5 Nicht Verboten ist T-Q-Pan Es ist üblich, dass der Labiovelare Konsonant Q-E Vor P Vereinfacht wird zu K So auch vor K Navatl-Teil Sie haben es geschlossen, und nicht, Navatl-Teil 2 Bezüglich der Morphologie wird, Navatl-Teil, nicht nur als Suffix zu nummen hinzugefügt, sondern auch selber verwendet, in der Possessiv-Konstruktion, mit Possessiv-Präfixen, was für, Navatl-Teil, unmöglich ist. Navatl-Teil Es regnete auf uns, drauf, herab, Navatl-Teil Regnen Navatl-Teil Was mit uns passiert ist, war sehr hart Wörtlich, was uns angetan wurde Beachte, wie Formen wie, Navatl-Teil, und so weiter, zwischen dem Augmentum, langes O, und dem Verb selbst eingreifen können Siehe 8.8 Navatl-Teil An sich bedeutet Auf ihm, ihr, es Aber es kann auch verwendet werden in der Possessiv-Konstruktion, mit einem Numen, siehe 10.6 Wobei das dritte Person-Possessiv-Präfix, sich auf das Numen bezieht, und mit ihm im Numerus übereinstimmt Also Navatl-Teil Ich betrat Peters Haus Navatl-Teil Gestern bin ich, hier, in eurer Stadt angekommen In der Syntax ist ein Ausdruck wie, Navatl-Teil, parallel zu, Navatl-Teil Wenn das Numen, das das Lokativ-Numen besitzt, natürlich im Plural ist, dann ist das dritte Person-Possessiv-Präfix, im Plural Navatl-Teil Ich trat ein, betrat, wo die Frauen sind Diese Possessiv-Lokativ-Konstruktion mag sich zu überlappen scheinen, mit als Suffix angehängten Formen, wie, Navatl-Teil, und so weiter Tatsächlich haben die als Suffix angehängten Formen, was vom unproduktiven, nicht ergiebigen, charakterfester, fixierter, Ausdrücke, und die Possessiv-Konstruktion ist viel häufiger Die letztere ist bei einem animierten, lebendigen, regen, Numen eigentlich obligatorisch, verbindlich, vorgeschrieben, wenn eine spezielle Person gemeint ist Navatl-Teil, tut nicht den Ort angeben, an dem sich ein spezieller Herrscher befindet, sondern einen Ort, der fürstlich ist, das heißt, der eine Eigenschaft eines Fürsten hat Wenn du andeuten möchtest, da wo der Herrscher ist Mit einem präzisen, genauen, Herrscher im Gedanken, dann sagst du, Navatl-Teil, oder, Navatl-Teil, für Da wo die Herrscher sind Unter diesen Umständen ist es klar, dass bei einem Eigennamen nur zulässig ist der Ausdruck, Navatl-Teil, und das Verboten ist Petro-Pan Nicht möglich ist Ein Satzteil mit, Navatl-Teil, hat oft eine zeitliche oder abstrakte Bedeutung Navatl-Teil Du respektierst mich nicht Du siehst mich nicht, du fühlst mich als etwas anderes Navatl-Teil Ich betrinke mich nur an Feiertagen, an großen Tagen Navatl-Teil In diesem Jahr wurde ich geboren Navatl-Teil Dies geschah nicht in der Zeit unserer Väter 3. Gewisse Lokativ-Ausdrücke, mit, Navatl-Teil, haben entsprechende gewöhnliche Nummen, die enden auf, Navatl-Teil, die die Syntax haben von regelmäßigen Nummen, und nicht die von Lokativen Navatl-Teil Dieser Palast ist riesig Navatl-Teil Ich sehe die Kirche Solche Formen sind nicht immer möglich, und das Wörterbuch muss hinzugezogen werden, um ihre Bestätigung zu überprüfen Z. B. Aus, Navatl-Teil, lässt sich nicht ableiten, dass man sagen kann Verboten ist Teopanko Es gibt keine solche Form, und der Lokativ von, Navatl-Teil, ist, Navatl-Teil Fassen wir die Merkmale der Lokativ-Nummen, Suffixe, zusammen, die wir im Zusammenhang mit, Navatl-Teil, gesehen haben Sie sind Numen-Wortstämme, und als solche können sie in der Possessiv-Form erscheinen, und manchmal mit einem ausgedrückten Besitzer, wie in, Navatl-Teil Sie sind jedoch in der Regel nicht unabhängig voneinander zu finden, in der absoluten Form Wenn sie als Suffix zu einem Numen-Wortstamm hinzugefügt werden, bilden diese zusammengesetzte, Lokativ-Nummen, die regelmäßig eine adverbiale Bedeutung haben Solche Formen können, selten, mit dem absoluten Suffix erscheinen, und werden so zu regelmäßigen Numen Lokativ-Nummen erscheinen am häufigsten mit einer adverbialen, Lokativ-Bedeutung Aber solche Formen tun niemals annehmen, die Lokativ-Endung, Navatl-Teil, da das Lokativ-Nummen selber dafür ausreicht, um anzuzeigen, dass der ganze Satzteil eine Lokativ-Bedeutung hat Wir werden der Essenz, dem Wesentlichen, dieser Merkmale begegnen, mit einem guten Dutzend weiterer Suffixe, das heißt, Lokativ-Nummen Von denen, von denen die wichtigsten in einer späteren Diskussion aufgeführt sind Wir werden den Rest in Lektion 24 sehen 13.5 Navatl-Teil Dieses Lokativ-Nummen, Suffix, bedeutet, der Bereich, auf etwas drauf Und wird daher adverbial verwendet, um zu bedeuten Drauf, oben, über Wie, Navatl-Teil, kann, Navatl-Teil, mit den Personalpräfixen erscheinen? Navatl-Teil Da sind Federn auf mir? Das heißt, ich habe Federn auf meinem Kopf Im Gegensatz zu, Navatl-Teil, wird dieses Lokativ-Nummen jedoch nicht direkt zu einem Numen-Wortstamm hinzugefügt, das heißt, die beiden können kein zusammengesetztes Numen bilden Stattdessen wird das wichtige Suffix, Navatl-Teil, zwischen dem Anfang-Nummen, und dem Lokativ-Suffix eingefügt Dieses dazwischenliegende Suffix hat keine eigene Bedeutung, und da seine Funktion darin besteht, das Numen einfach mit dem Lokativ-Suffix zu verknüpfen, ist der Begriff dafür in der traditionellen Grammatik Ligatur, Bindeglied Also Navatl-Teil Es gibt ein Haus auf dem Berg Navatl-Teil Der Mensch lebt auf der Erde Beachte das, wenn wir die Erde als eine flache Oberfläche betrachten, haben wir, Navatl-Teil Nach aztekischer Auffassung, wird das Leben auf der Erde jedoch metaphorisch verglichen, mit dem gefährlichen Spazieren auf einem engen Seil Und deshalb wird, Navatl-Teil, immer verwendet, um das menschliche Leben in dieser Welt auszudrücken Die Ligatur, Navatl-Teil, bewirkt das Verschwinden eines vorhergehenden letzten, Endung, kurzen, I Das heißt Ein Numen, das endet auf, Navatl-Teil, verliert den kurzen Vokal, am Ende des Wortstamms, im Gegensatz zu dem Fall, wenn das Suffix, Navatl-Teil, hinzugefügt wurde Also Navatl-Teil Der Vogel fliegt auf die Spitze des Baumes Ein mit dem Lokativ-Numen, Navatl-Teil, gebildeter Satz-Teil, kann das absolute Suffix annehmen, und wird so zu einem neuen Numen Navatl-Teil Ist die Erde rund? Wörtlich, die Spitze der Erde, das heißt, ihre Oberfläche Es kann auch gewiss ein Ableitung-Suffix annehmen, wie zum Beispiel solche, die Possessiv-Numen bilden, siehe 11.7 Navatl-Teil Gott ist der Meister über den Himmel und die Erde 13.6 Navatl-Teil Die ursprüngliche Bedeutung von, Navatl-Teil, ist, Fläche, Unter Aber in vielen Beispielen, besonders Beinumen, die Menschen bezeichnen, bedeutet es, neben, am, oft, aber nicht immer jemanden, der hierarchisch überlegen ist Vergleiche den englischen Ausdruck At the foot of Am Fuße von Es erscheint entweder mit den Possessiv-Präfixen, oder mit einem Numen Mit einem Numen sind zwei Konstruktionen möglich Das Numen kann direkt an das Suffix angehängt werden, mit Hilfe der Ligatur, Navatl-Teil Vergleiche diese Verwendung mit, Navatl-Teil, in 13.5 Alternativ kann das Numen auch getrennt von, Navatl-Teil, erscheinen, das dann das entsprechende Possessiv-Präfix, einer dritten Person erhält Vergleiche diese Verwendung mit, Navatl-Teil, in 13.4, Abschnitt 2 Navatl-Teil Setze dich neben mich Navatl-Teil Ich saß neben Peter Navatl-Teil Es gibt ein Feld neben meinem Haus Die Ligatur kann weggelassen werden, in gewissen festen, fixierten, ausdrücken Navatl-Teil Er warf sich vor meine Füße Beachte auch den Unterschied zwischen Navatl-Teil Im Wasser Unter der Oberfläche des Wassers Navatl-Teil Am Wasser Entlang eines Flusses, eines Sees, oder des Meeres 13.7 Navatl-Teil Dieses Lokativ-Numen-Suffix bedeutet Gegen An Insbesondere vertikalen Flächen Berührend Die Ligatur wird normalerweise verwendet, kann aber weggelassen werden, insbesondere wenn der Satzteil als ein Numen, mit dem absoluten Suffix verwendet wird, wobei das von Navatl-Teil Regierte Numen eher generisch als spezifisch ist Also Navatl-Teil Da ist einiges an Schlamm auf den Felsen Navatl-Teil Ich klebe Papier auf das Haus Navatl-Teil Die Wand des Hauses ist weiß Es wird häufig verwendet mit der abgeleiteten Bedeutung Betreffend Mit Bezug auf Navatl-Teil Dies gehört dir Wörtlich Dies zählt mit Bezug auf dich Navatl-Teil Ich bin stärker als du Wörtlich Ich übertreffe dich in Bezug auf die Stärke Beachte die Verwendung von Navatl-Teil Mit dem ganzen Satzteil Abhängig von Navatl-Teil Wenn Navatl-Teil hinzugefügt wird Bedeutet diese Form Über Zum Thema Navatl-Teil Ich werde über den Himmel sprechen Beachte die Trennung von Navatl-Teil von Navatl-Teil 13.8 Navatl-Teil Dies ist das Wort für Wohnung Haus Zu Hause In der Bedeutung von Dein Platz Bezeichnet durch die Präposition B'SCHE Auf Französisch Eher als das Gebäude Dein Platz Kann sich weiter gefasst beziehen Auf die Stadt oder das Land Aus der du kommst Oder in der Wo Du lebst Es hat die Eigenschaften von Lokativ-Nummen Das heißt Es wird kaum verwendet Außer in der adverbialen Form Ohne Navatl-Teil Außerdem ist es fast immer in der Possessiv-Form Also Navatl-Teil Betrete meinen Platz Navatl-Teil Ich gehe zu Peters Haus Die Lokativ-Ortbezogene Bedeutung Ist deutlich zu erkennen Wenn ihre Konstruktion mit der von Navatl-Teil In Kontrast gestellt Verglichen Wird Navatl-Teil Und nicht Verboten ist Kann Kaach Mutschan Vergleiche 5.5 Woher kommst du? Navatl-Teil Und nicht Verboten ist Kann Mokal Wo ist dein Haus? Ein Possessiv-Nummen das endet auf Navatl-Teil Bezeichnet einen Einwohner Navatl-Teil Wo sind die Bewohner Die Leute von hier? Diejenigen Die hier ihren Wohnsitz haben 13.9 Ehrende Lokative Wenn ein Numen mit dem Lokativ-Suffix Navatl-Teil Erend gemacht wird Wird das Lokativ-Suffix nach dem Ehrenden Höflichkeit Suffix Navatl-Teil Platziert Navatl-Teil Ich lege das in deine Geehrten Hände Navatl-Teil Hat er bereits dein Haus betreten? Dieses zusammengesetzte Suffix Navatl-Teil Ist auch dann gültig Wenn ein Satzteil Das ein beliebiges Lokativ-Numen beinhaltet Erend gemacht wird Wie wir gesehen haben Bilden die Suffixe Navatl-Teil Und auch Navatl-Teil Normalerweise adverbiale Satzteile Denen nicht das Lokativ-Suffix Navatl-Teil Folgt Aber wenn diesen Lokativ-Numen Navatl-Teil Hinzugefügt wurde Gilt die neue Ehrende Form als ein regelmäßiges Numen Dem Navatl-Teil Hinzugefügt werden muss Also Navatl-Teil Ich gehe zur Verehrten Kirche Navatl-Teil Ich trat in seine Respektierte Gegenwart Anwesenheit Ein Navatl-Teil Da sind Blumen auf seinem Kopf Navatl-Teil Ich setze mich neben dich hin Navatl-Teil Ich werde über Gott sprechen Navatl-Teil Dies gehört dir 13.10 Lokative und Adjektive Wenn das Numen in einem Lokativ-Satzteil durch ein Adjektiv abgeändert, ergänzt, wird, tut nur das Numen die Lokativ-Markierung annehmen Navatl-Teil In dem schönen Haus Navatl-Teil Auf dem großen Berg Navatl-Teil Im schwarzen Schlamm Beachte, dass das Lokativ-Suffix Navatl-Teil nie nach dem Partizipial-Suffix gefunden wird Navatl-Teil Fußnote 6 Fußnote 7 Wie im Englischen sind unpersönliche Verben immer in der dritten Person Singular, mit, es, als das Subjekt Siehe 15.10 Fußnote 7 Da der Mund eher als Ort gedacht ist, denn als Sache, tun Listen anatomischer Begriffe normalerweise angeben, Navatl-Teil, wörtlich, in unserem Mund, für Mund anstatt, Navatl-Teil Übungen A Setze die folgenden Numen in den Lokativ, der endet auf, Navatl-Teil Navatl-Teil B Übersetze ins Englische Navatl-Teil 1 Der Vogel fliegt in Richtung Himmel 2 Ich verachte diesen Schurken 3 Es gibt viele Vögel auf meinem Haus 4 Die Kojoten versteckten sich in der Höhle 5 Der Feind läuft auf Tlaxcala zu 6 Sprecht ihr Navatl, in der Art und Weise der Mexika 7 Geh nicht dorthin Es wird auf dich regnen 8 Wo ist Peters Zuhause? Es ist hier 9 Werde ich in deinem, ehrenwerten, Haus schlafen 10 Im Krieg würden nur die einfachen Leute sterben 11 Mein Haus ist in der Nähe des Schilfdickicht 12 Der Adler ruht auf der Kaktusfeigenpflanze 10 Übersetze ins Navatl Navatl-Teil 1 Ich regiere Ich bin auf einer Matte Auf einem Sitz 2 Da ist Fleisch auf meinem Teller 3 Das kleine Kind hat eine Heuschrecke in seine Hand genommen 4 Ist dir nichts Gutes passiert? 5 Heute ist Peter im, ehrenwerten, Palast 6 Ich gehe ins Bett, ich betrete das Bett 7 Es war in diesem Jahr, dass Peters Frau starb 8 In der Zeit unserer, respektierten, Väter, war die Stadt wunderschön Heute in unserer Zeit, ist es sehr schmutzig geworden 9 Dein Platz ist schön 10 Woher kommen diese Leute, wo sind diese Leute her? Wo ist ihr Platz? Sie sind nicht von hier 11 Wirst du bei den Fürsten wohnen? 12 Welche Meinung hast du über mich? Worüber, worauf, siehst du mich? 13 Acht Menschen leben in Peters Haus 14 Unsere Stadt liegt am Wasser Was uns betrifft, wir leben am Berg 14